Herzlich Willkommen zu einem neuen Aufzubildo, hier auch mit Osmar Ich habe einen Schraub, hier im Schraub Ich habe einen Schraub, hier im Schraub Schau und die Türsachen, was wir da haben, weil auch noch nicht da bestimmen. Da habe ich keinen Schein. Ich verstehe nicht, warum der keinen Schein hat, verstehe ich nicht. Warum haben wir aufzugeben? Weil auch der andere. Ich glaube nicht, dass er leistet, wenn ich das rauskomme. Was du sonst denken, ist, ich gebe mal ein Beispiel raus. Du kannst aber schauen, ob das die Schein hat, ich glaube nicht. Ich denke nicht, auch rauskomme ich jetzt. Bei diesem Glas auf muss ich trotzdem noch ein Fahrzeug machen. Ich gehe aus, ich gehe aus, ich gehe aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020